Selbstbewusst und cool, so erlebt man Dortmunds Neuzugang Marc Batra bei seinem ersten öffentlichen Auftritt. In Barcelona lernte Batra von den Besten, kam an Pujol, Piquet und anderen großen Namen aber nie vorbei. Deshalb in diesem Sommer die Entscheidung für eine neue Herausforderung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass Dortmund so großes Interesse an mir zeigte. Ich fühle mich der Aufgabe beim BVB gewachsen und nehme die Herausforderung an. Innerhalb der Mannschaft und beim Klub fühle ich mich schon sehr wohl. Natürlich ist das eine große Veränderung für mich, aber ich werde mich schnell integrieren und gemeinsam mit dem Team das Beste geben. Bei Borussia Dortmund will der Spanier den nächsten Schritt machen, sich endlich zur Stammkraft weiterentwickeln. Und das muss er auch, sogar ziemlich schnell. Batra soll in Dortmunds Innenverteidigung den Weggang von Mats Hummels auffangen. Ich kenne Mats Hummels natürlich. Für mich ist er einer der besten Innenverteidiger, die es in Europa gibt. Es ist auch klar, dass er sehr viel für Dortmund getan hat. Mats ist ein sehr guter Spieler. Deshalb ist es eine große Herausforderung für mich. Aber mir gefallen Herausforderungen. Ich werde alles tun, dass das Niveau gleich bleiben oder sogar besser werden wird als in der letzten Saison. Ich bin ebenfalls ein Spieler, der auch von hinten heraus durchstarten kann. Das habe ich sowohl bei Barcelona als auch in der spanischen Nationalmannschaft so gemacht. Druck und eine große Erwartungshaltung. Kein Problem für den 25-Jährigen. Schon mit 19 Jahren holt ihn der damalige Barca-Trainer Pep Guardiola aus der legendären Fußballschule La Masia zu den Profis. Anschließend wurde er mit den Katalanen fünfmal spanischer Meister und feierte zwei Champions-League-Erfolge. Und trotzdem, meistens saß er in Barcelona nur auf der Bank. Die Konkurrenz zu groß. Beim BVB will er nun eine wichtigere Rolle spielen. Vertrauen als Basis, auch dank Dortmunds Trainer. Thomas Tuchel hat mir sofort Selbstvertrauen gegeben und gemeint, dass ich sehr gut in diese Mannschaft passe und dass er mich gerne in seinem Team haben möchte. Es war eine große Motivation für mich, zu Borussia Dortmund zu kommen. Ich freue mich auf die Art und Weise, wie hier gespielt wird. Und ich hoffe auch, dass ich mich verbessern werde und der Mannschaft helfen kann.